Guten Tag und willkommen bei Schnauer. Unsere Umwelt, die prachtvolle Natur und unsere Sonne schenken uns nicht nur ihre fantastische Schönheit, sondern auch unfassbare Mengen an kostbarer Energie. So setzt die Sonne durch Kernfusion kontinuierlich Strahlungsenergie frei, die wir als Licht und Wärme nützen können. Ohne diese Sonnenenergie gäbe es kein Leben auf unserer Erde. Die stündlich von der Sonne an die Erde abgegebene Strahlungsenergie ist tausende Male höher, als die gesamte Weltbevölkerung in einem Jahr benötigt. Die Sonne tankt also kontinuierlich Energie in die Erdkuste. Diese Sonnenenergie ist absolut kostenlos und die sauberste aller Energiequellen. Grundwasser, Erde und Luft werden so dank der Sonneneinstrahlung zu unerschöpflichen Wärmequellen. Schnauer nützt diese natürliche, umweltfreundliche Gratisenergie aus der Natur mit modernster Technik. Wärmepumpen entziehen dem Grundwasser, der Erde oder der Luft Wärme, um sie für Heizung und Warmwasser nutzbar zu machen. Dabei ist der Wärmeentzug aus dem Erdreich so gering, dass er für die Tier- und Pflanzenwelt praktisch nicht spürbar ist. Schnauer Wärmepumpensysteme gewinnen 75% und mehr kostenlose Energie aus Erde, Grundwasser und Luft. Diese Systeme sind kostengünstig in der Errichtung, äußerst sparsam im Betrieb und sehr einfach zu warten. Wärmepumpenheizungen arbeiten völlig emissionsfrei und helfen, die allgemeinen Schadstoffemissionen deutlich zu reduzieren. Wenn es die Grundstücksgröße erlaubt, ist es das Einfachste, dem Boden mit einem Flächenkollektor Wärme zu entziehen. Für kleinere Grundstücke bietet sich der Einsatz platzsparender Erdwärmesonden an. Neben dem Erdreich bieten sich auch das Grundwasser mit seinem relativ hohen Temperaturniveau und die Außenluft als Wärmequellen für Wärmepumpen an. So wie der Kühlschrank seinen Innenraum Wärme entzieht und nach außen abgibt, tut dies die Wärmepumpe mit der Umwelt und bringt die Wärme aus Erdreich, Grundwasser oder Umgebungsluft ins Haus. Man kann somit also Umweltwärme, die letztlich von der Sonne stammt und sich selbstständig auf natürliche Art und Weise erneuert, für ein intelligentes Heizsystem nutzen. Erdreich und Grundwasser können jedoch nicht nur für energiesparendes und umweltfreundliches Heizen eingesetzt werden. Beide sind im Sommer auch ein ausgezeichnetes Reservoir, das effizient zur Kühlung eines Gebäudes genutzt werden kann. Schnauer hat mit weit über 3.500 erfolgreich geplanten und errichteten Wärmepumpenanlagen ein riesiges, über 25-jähriges Erfahrungspotenzial, von dem alle Neukunden profitieren. Von Beginn an ist Schnauer Partner des größten deutschen Wärmepumpenherstellers Waterkotte, jenem Unternehmen, das die Erdwärmesysteme vor rund 40 Jahren entwickelt hat. Der Bau von effizient arbeitenden Wärmepumpenanlagen setzt hohes Fachwissen und viel Erfahrung voraus. Schnauer ist staatlich zertifizierter Wärmepumpenanlagenbauer und hat als Pionier auf diesem Gebiet seit den frühen 1980er Jahren alle Rahmenbedingungen für Wärmepumpen, wie Förderung, Normen, wasserrechtliche Aspekte und vieles mehr maßgeblich mitgestaltet. Gerade heute in einer Zeit ständig steigender Energiekosten sind moderne Wärmepumpensysteme die richtige Entscheidung. So ist es heute einfach, preiswert und vernünftig, mit moderner Schnauertechnik effizient Heizkosten zu sparen, unsere wertvolle Umwelt zu schützen und den Liebsten daheim zu jeder Jahreszeit ein perfektes Raumklima und lebenswerte Behaglichkeit zu schenken. Schnauer ist jedoch nicht nur Wärmepumpenspezialist. Schnauers Systeme sind Komplettlösungen. Von der Wärmequelle bis zur Niedertemperaturheizung, von der Kühlung im Sommer bis zur kontrollierten Wohnraumlüftung. Schnauer nützt die Kraft unserer Sonne, aber auch für die umweltfreundliche Energiegewinnung mit moderner Photovoltaik. Darunter versteht man die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie. Solarzellen nutzen dabei den photoelektrischen Effekt, um Solarstrahlung in elektrischen Strom umzuwandeln. Viele einzelne Solarzellen werden zu einem Photovoltaikmodul verbunden. Mit einer Photovoltaikanlage wird umweltfreundlicher Strom erzeugt, der zum Eigenverbrauch genützt bzw. ganz oder teilweise in das Stromnetz des zuständigen Energieversorgungsunternehmens eingespeist wird. Natürlich kann eine Photovoltaikanlage auch dazu genützt werden, die Energie für ihre Wärmepumpenanlagen zu liefern. Wärmepumpenanlagen können unter Einsatz von Schnauer Photovoltaik vollkommen autark mit selbstproduziertem Strom betrieben werden. Umfassende professionelle Beratung ist der erste Schritt zu einer möglichst effizient arbeitenden Photovoltaikanlage. Die Planung mit großem Know-how und entsprechender Software garantiert die optimale Auslegung der Photovoltaikmodule und der Wesselrichter unter Berücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten. Ziel der Detailplanung ist es, durch die optimale Abstimmung aller Komponenten höchsten Ertrag zu erreichen. Auf Basis der genauen und detaillierten Vorplanung installieren die Schnauermonteure ihre Anlage in nur wenigen Tagen. Alle bei der Errichtung der neuen Photovoltaikanlage eingesetzten Komponenten sind ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte namhafter Hersteller. Diese hohe Qualität aller Anlagenteile und die sorgfältige Installation garantieren den zuverlässigen und effizienten Betrieb. Schnauer bietet seinen Kunden ein perfekt abgestimmtes Komplettangebot von der optimal geplanten Wärmepumpenanlage für Heizung und Kühlung über die Wand- oder Fußbodenheizung bis hin zur elektronisch kontrollierten Wohnraumlüftung. Schnauer ist aber auch Spezialist für umweltfreundliche und äußerst rentable Photovoltaikanlagen. Unsere Umwelt schenkt uns unglaublich viel, ihrer Schönheit und Reinheit, die wir unbedingt schützen sollten, damit auch die Generationen nach uns Freude und Lebensqualität in einer intakten Natur erleben und genießen können. Diese Umwelt schenkt uns aber auch die kostenlose Energie, die es uns möglich macht, Natur und Umwelt wirkungsvoll zu schützen und Ressourcen zu schonen. Nützen wir diese Chance mit Gratis-Energie aus der Natur. Auf Wiedersehen bei Schnauer Camps.